Moin Leute! Winterzeit ist Plattfischzeit im Hamburger Hafen. Wir sitzen hier heute am Elbstrom, am Hafen vom Holthusen-Kai und versuchen da Plattfische zu fangen. Wir haben gerade auflaufendes Wasser. Unsere Brandungsruten haben wir jetzt in der Mitte vom Fahrwasser geschmissen, angeln dort mit Wattwürmern. Und wie das im Einzelnen ganz genau funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Die Montage ist sehr simpel aufgebaut. Ich habe eine gängige Brandungsrute in der Länge 4,20 Meter, jeden Wurfgewicht so bis 200 Gramm, hat aber eine sehr feine und sensible Spitze. Das ist halt auch gerade so, dass man beim Plattfischangeln die Bisse auch ganz gut erkennen kann. Gerade haben wir ein bisschen viel Strömung, da erkennt man das natürlich nicht so gut. Das Vorfach ist recht einfach aufgebaut. Ich habe einfach so eine Durchläufer-Montage. Die ist halt frei beweglich auf der Schnur. Hier habe ich einen kleinen Schlauch, der ist dafür da, dass ich nicht so leicht in mein Blei reinwickeln kann. Und danach kommt halt einfach der Nachläufer. Der hat eine Länge bis knapp über einen Meter. Wie viele Angler kennen das, im Strom muss man natürlich ein langes Vorfach verwenden, im See ein kurzes Vorfach und so ist das hier auch an der Elbe. Dadurch, dass der Strom relativ stark ist, braucht man natürlich auch ein möglichst langes Vorfach. Auch große Perlen, wie wir das kennen vom Ostseestrand, sind hier nicht nötig. Wir brauchen einfach nur kleine Perlen. Ich habe jetzt hier so ein paar Reisbeaks, heißen die. Das sind kleine sinkende Perlen in Palmut und in Gelb. Das sind halt eigentlich so Farben, die finden die Plattfische im Regelfall eigentlich ganz gut. Und als Köder verwende ich ganz klassisch Wattwürmer. Eigentlich könnte ich auch eine Ködernadel verwenden, aber es reicht auch mit den Fingern. Einfach den Wurm hier vorne an dem Kopf eingepiekst, über den Haken gezogen und hier hinten am Ende des Wurms kommt er wieder drauf. Ich habe jetzt hier ein paar mehr Würmer drauf. Fische beißen gerade nicht so gut. Ich versuche mal mit ein bisschen mehr Duft die Plattfische zu meinem Köder zu locken und vielleicht klappt es ja. Ich schaue mal und schmeiße es mal rein jetzt. Ja, also ich habe jetzt hier keinen Hänger. Das ist auch auf den ersten Blick sieht es so aus. Meine Route ist ziemlich krumm. Das liegt aber nicht daran, weil meine Route fest ist, sondern ich habe ein Krallenblei drauf. Das muss ich natürlich halt auch vernünftig lösen. Deswegen bringe ich jetzt mit meiner Route Druck auf die Schnur und wenn der Druck immer stärker wird, dann gibt irgendwann die Kralle nach, löst sich und ich kann meine Montage ganz normal wieder einholen. Das dauert manchmal wirklich ein, zwei Minuten. Jetzt habe ich es sogar ein bisschen schneller hingekriegt. Ich hole jetzt einfach mal rein. Irgendwas ist da auch ein bisschen schwieriger gerade. Das liegt manchmal auch an der Strömung. Oder manchmal ist auch ein bisschen Kraut dran. Oder auch im besten Fall ein Fisch. Da hängt ein Plattfisch am Haken. Hier in der Strömung sind sie sogar richtig gute Kämpfer. Und wie wir sehen, eine richtig schöne dicke Plunder. Die passt auf jeden Fall in eine Pfanne. Würde mir lecker schmecken. Ganz toller Fisch. Ich bin happy. Ja, Leute, ich bin natürlich heute nicht ganz alleine am Wasser unterwegs. Ich habe noch meinen Kumpel Sebastian mit dabei. Der kommt da vorne gerade. Der hat das hier gerade aufgebaut. Der ist der absoluter Local Hero und kennt sich hier beim Angeln in der Elbe super aus. Und Sebastian kann euch natürlich auch noch ein bisschen mehr im Detail erzählen. Gerade insbesondere so zu dem Tidenhub und was das jetzt mit den Fischen auf sich hat und warum das so ist. Hi Sebastian. Moin. Moin. Hi. Ja, äh, Luki, ich würde sagen, ich übergebe einfach mal an dich, ne? Das ist ja nicht hektisches Angeln hier. Weil der Butt, wenn man hier einen Biss hat, dann weiß der zwar, aber der legt sich auch schnell wieder hin. Daher beim kleinsten Biss muss man nicht reinholen, sondern lass ihn lieber eine Minute länger, bevor man jetzt zu schnell den rausholt und einen fehl bis damit provoziert. Mal gucken. Ich mache noch ein bisschen gewackelt da. Wir geben ihm nochmal eine Minute. So, da kommt eine mit. Jo. Jetzt kommt er hoch hier. Ah. Schöner. Zack. Einmal über die Reeling. Da ist er. Schöner Elbboot. Richtig schön dick. Und den können wir gut mitnehmen. Der lohnt sich. Und davon noch ein paar. Und dann haben wir unser Essen sicher. Man muss nicht immer an die Ostsee fahren. Dann haben wir hier die schönen Wattwürmer. Wenn man die so ein bisschen bewegt, dann ziehen sie sich zusammen, werden knackig und dann sieht man auch noch, dass die leben. So ein bisschen drücken. Da kann man die gut auffädeln. Und dann eins durch, ohne die durchzupiksen. Nehmen wir noch einen, weil die Button nicht aus Mitleid beißen. Zack. Fertig. Dann ist auf der anderen Seite der Ködernadel ein kleines Öhr. Da kann man die Spritze reinstecken. Und die Wattwürmer raufschieben. Auf dem Haken. Zack. So. Aber nicht ganz komplett lösen. Dann kann man sich ein bisschen Wickelgauern nehmen. Fabi macht das immer ohne. Ich mache es gerne mit. Und dann wickelt man ein paar Mal über den Haken rüber. Und so garantiert man abreißen, dass der letzte Wurm immer am Haken bleibt. Der andere ist frei. Und der bleibt immer drauf. So. Wichtig ist, wenn wir jetzt rauswerfen, dass wir nicht irgendwo wahllos hinwerfen, sondern dass wir gegen die Strömung werfen. Wir müssen Strom aufwerfen, damit wir die Kralle auch festsetzen können in einem langen Schnurbogen. Das heißt, gute. Zack. Werfen wir so 60, 70 Meter. Das reicht hier so. Nicht zu kurz nehmen. Strom aufwerfen. Wichtig. Runter fein lassen. Die Schnur festhalten. Er geht hier 7, 8, 9 Meter runter. So. Jetzt ist er unten. Und jetzt noch ein Stückchen Schnur geben. 4, 5 Meter. So, dass der Bogen sich hinlegen kann und die Kralle sich jetzt festgreift. Wenn ich die stramm ziehen würde, dann würde er sofort wieder sich lösen können, weil die Kralle sich nicht festziehen kann in dem Boden. So. Rude rein hier. Aufpassen. Gut festmachen. Sonst kann ich auch einen Abflug machen. So. Das war's schon. Und jetzt warten wir auf den Besten. So. Das sieht gut aus hier. Ich glaube, hier ist ein richtig guter dran. Oha. Na. Jetzt kommt er hoch. Oh. Ein schöner. Achtung. Schwupp. Zack. Da ist der nächste Bildboot. So ein schön dicker wieder. Passt genau in die Pfanne. Hö, hö, hö. Schönes Teil. So. Wir fischen hier eine monophile Schnur von 0,28 bis 0,57. Hat den Vorteil, ist recht dünn. Man kann damit gut werfen. Kein Knoten in der Schnur. Alle 20 Meter ist die Farbe abwechselnd. Das heißt, ich kann meinen Angelplatz, wo ich eventuell einen Fisch gefangen habe, wieder finden mit der Entfernung. Ich weiß genau, wo ich angel. Und das ist enorm wichtig, wenn man viel Strömung hat und Wellengang und so, dann federt die ein bisschen ab. Wenn ich jetzt eine geflochtene Schnur nehme, dann kann das sein, dass darauf, dass sie keine Dehnung hat, sich schneller das Blei lösen kann. Und das wollen wir hier im Hamburger Hafen verweinen. Ah, ich glaube, das zappelt da. Jo, da kommt einer mit. Also, zack. Da ist er. Klein, aber fein. Immerhin. Schöner Plattfisch. Recht fett sind die hier immer. Vorne genommen. Meinen gewickelten Wattwurm. Und so, werden wir versorgen und dann geht es weiter. Ja, Luki, wir sind durch. Die Tide ist zu Ende. Wir müssen leider schon nach Hause, obwohl es mir riesig Spaß gemacht hat bei dir hier an der Elbe. Danke schön auf jeden Fall für den tollen Tag. Wir haben ja ordentlich Fische gefangen. Mehr als genug. Ja, denke ich auch schon mit unseren Nachlaufer-Montagen. Da haben wir gegenüber den anderen Anglern ganz gut ausgesehen eigentlich. Wir haben auch Fische gefangen. Wir haben auch ganz gut Fische gefangen. Vielleicht sogar den einen oder anderen mehr. Also, es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, das Video. Und das war so das Plattfischangeln in Hamburg, im Hafen, am Holtusen, Kai. Alles klar. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss Tschüss. Beauty. beast